Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Preview hier auf meinem McMartinTV-Kanal. 13. Spieltag, Düsseldorf gegen Mainz. Wir sehen hier eine Partie, wo beide Farben vorhanden sind, und zwar rot und weiß. Fortuna hat die schlechteste Offensive mit 8 Toren aus 12 Spielen. Das ist richtig schlecht, da ist Mainz schon besser dran. Und Düsseldorf und Mainz sind trotzdem relativ nah beieinander bei mir hier in der Tabelle. Und Mainz ist trotzdem ein Tick besser. Düsseldorf hat halt Abschießkampf. Und Düsseldorf spielt mit dieser Mannschaft. Rettig im Tor davor Gieselmann, Kaminski, Ajan und Zimmermann im Mittelfeld. So, Bodka im Offensiv-Mittelfeld, Rahman, Morales, Stöger und Usami. Und im Sturm Hennings. Ob das reicht gegen Mainz, das ist die Frage. Die Mainzer treten auch nicht schlecht an, denke ich mal. Das werden wir gleich noch sehen. Und zwar mit Müller im Tor. Davor Martin, Njakate, Bell, Brosinski. Im Mittelfeld Kunde, Malong und Baku. Im Offensiv-Mittelfeld Quaisson, Maxim und Onisivo. Und im Sturm Mateta. Das klingt schon sehr deutlich nach Offensive, nach Kompaktheit auch. Und somit ist hier auch Mainz für mich hier Favorit. So, beide Teams stehen bereit. Es kann losgehen. Düsseldorf fängt an, spielt von links nach rechts. Partie läuft. In Rot und Weiß spielen die Heimmannschaften. Und die Mainzer in diesem Türkis-Blau. Und sie holen sich erst mal den Ball hier. Mit Mateta geht es nach vorne. Super Pass auf Onisivo. Schöner Doppelpack, Onisivo. Aber diese Flanke kommt nicht an. Und wir springen in die 17. Minute. Die Düsseldorfer kommen mal mit Usami. Usami. Na, erstmal nix. Das Giesemann, das Sobotka. Den nimmt er komplett Volley. Sofort der Abschluss. Super gemacht. Und es war knapp. Gut, Torwart von Mainz wäre da gewesen. Aber trotzdem schöne Aktion. So, 23 Minuten. Die Mainzer haben eine Ecke hier. Da ist mal Nia. Nia KT war das sogar. Innenverteidiger mit einem schönen Schuss hier. Auch Volley genommen. Da sehen wir es nochmal. Und Rensing kommt gerade so dran. War ziemlich viel verdeckt hier. Aber er hat gehalten. So, die Düsseldorfer mal wieder. Oh, Superhandlings im 16er. Da ist das Tor. Das müsste Stülker sein. 29. Minute. 1-0. Ne, Rahman ist es. 1-0. Düsseldorf. Hennings dreht sich super. Hat Platz. Flankt rein. Und Rahman köpft hier eigentlich schon fast Müller an. Aber aus dieser Entscheidung kann er den natürlich gar nicht halten. Das ist klar. Außer er wird angeköpft. Aber das war in diesem Fall nicht. Und somit hier die Führung für den Außenseiter. Jedenfalls nach meinem Geschmack. Zweites Saisontor für den Düsseldorfer. So, und die Düsseldorfer kommt schon wieder in der Nachspielzeit. Mit Stöger hier. Schließt ab. Aber der Ball wird noch abgelenkt von Bell. Und geht somit zur Ecke. Die werden wir, denke ich mal, auch noch sehen. Da ist sie. Gieselmann wird sie ausführen. Gieselmann. Da ist Kaminski, aber. Quaisson schießt den Ball aus dem 16er. Und jetzt dürfte auch gleich... Ja, so ist es. Ist es nämlich jetzt so. Die erste Halbzeit ist vorbei. Ein Tor haben wir gesehen. Und das für den Außenseiter Düsseldorf. Ich bin echt mal auf die Statistiken gespannt. Für mich relativ ausgeklickt, diese Partie. Obwohl es in der 29. Minute hier für Düsseldorf durch Rahman gezappelt hat. Der Ball im Netz der Mainzer. Aber wir sehen hier, ja, doch die Düsseldorfer einen Tick besser als die Mainzer. Aber nicht wirklich viel und somit doch relativ ausgeglichen. So, zweite Halbzeit läuft wieder. Und die Mainzer haben angestoßen. Da ist Maxim. Da spielen sie von links nach rechts. Auf Quaisson. Und der verliert den Ball erstmal an den Düsseldorfer. Und da ist so Bodka... Oh, der macht einen Fehlpass auch in Unisivu. Unisivu auf Quaisson. Quaisson. Und Rensing. Quaisson schießt hier. Rensing packt die Hand aus. Und der Ball geht nur noch ans Außennetz des Tors. Und in der 57. Minute nächste Chance Düsseldorf wahrscheinlich. Da ist Usami. Oh, Stöger. Was für ein super Pass von Usami. Direkt vor allem auch gespielt. Stöger. Aber Müller ist im Tor. Macht die Torwartecke dicht. Und damit bleibt es hier beim 1-0. Aber die Düsseldorfer kommen schon wieder mit Unis. Usami. Der wird gelegt von Martin. Aaron Martin. 70-Sinniote. Gelbe Karte. Und es war ganz knapp kein 16-Meter-Raum, wie wir hier sehen. Ein Wechsel bei Mainz. Marteter geht runter. Uca kommt für ihn. Auf den Rasen. Und bei Düsseldorf Fink für Stöger. Ein positionsgetreuer Wechsel. Auch bei den Düsseldorfern. In der 80. Minute. Und Karaman kommt für Rahman, der hier das einzige Tor bisher gemacht hat. In der 83. Minute geht die Torschütze hier zum 1-0 runter. Usami geht auch noch runter. In der 84. Minute. Und somit hat jetzt Düsseldorf alle Wechsel durch. Und die Mainzer kommen. 88. Minute mit Uca. Prüft Rensing. Rensing ist aber da. Und Mainz wird jetzt nochmal wechseln. Da steht schon einer an der Seitenlinie. Das Öztunali. Und wir sind ja in den letzten Zügen dieser Partie. Und die Mainzer kommen nochmal. Mit Prosinski. Prosinski flankt. Öztunali. Aber Rensing hält den Ball. Was ist denn jetzt los? Es gibt 11 Meter, oder wie? Es gibt 11 Meter. Eine Minute schon über die Nachspielseite. Und Düsseldorf soll hier in Form von Zimmermann Öztunali gelegt haben. Nein, das ist für mich kein Elfmeter. Das ist eine Fehlentscheidung. Wo ist der Videoschiedsrichter? Den haben wir hier nicht. Und wer tritt an? Es ist Prosinski, wenn ich es richtig weiß. Ja, Prosinski gegen Rensing. Und Prosinski. Oh, Rensing hält. Rensing hält das 1-0 fest. Und jetzt müssen diese Torwart nur noch Ruhe bewahren. Sie machen es und gewinnen hier 1-0. Was für eine Schlussphase hier in dieser Partie. Der Elfmeter den Herz nicht geben können und dürfen vor allem auch. Und was macht Rensing? Er überlegt sich. Der war unverdient. Den halte ich. Und somit halte ich auch den Sieg für mein Team fest. Düsseldorf gewinnt. Düsseldorf gewinnt auch dann Rensing und Rahmann hier 1-0. Die Statistiken sehen positiv für Mainz aus. In der zweiten Halbzeit hat Mainz gut zugelegt. Sie haben es trotzdem halt nicht geschafft, das 1-1 hinzukriegen. Und für Düsseldorf bedeutet es Platz 12 jetzt. Sie sind nur noch drei Punkte von Mainz entfernt. Die sind Elfter. Und somit hier gar nicht schlecht für Düsseldorf. Das war die Preview hier auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen lassen. Natürlich auch ein Kanalabo, wenn ihr neu seid. Außerdem bitte noch die Glocke drücken. Dann verpasst ihr kein neues Video. Dann sehen wir uns bei der nächsten Preview wieder. Bis dahin sage ich Tschau. Bleib sportlich. Und Tschüssikowski.